Meine Güte, hier hat einer mal ganz schön viel geraucht. Ja, das ist mal ne dicke Suppe, ey. Wofür? Wie nennt ihr das da in Hamburg oder wo du da herkommst? Wetter nennt sich das. Tägliches Wetter. Talkst du nie wie? Moin moin, dicke Suppe. Moin moin sagt man sich. Man sagt nur einmal moin, okay? Alles so, moin, dicke Suppe. Ich hab auch nicht was zu ballern auf jeden Fall. 2, 4, 6, 5 Magaziner, 200 Schuss, 1000 Schuss. Die geht richtig ab, die Waffe, Alter. So, mit dem weltbesten Adler-AT-Schützen und Adler-MG-Schützen dürfte das halt kein Problem werden, oder? Ja, meine Winterrunden sind legendär. Gesundheit. Gesundheit. Sehr gut, dann können wir fliegen. So, Jungs, let's get ready to rumble. Äh, holy shit. Ah. Ah. I guess, das sollte A26 haben, dann laut Damage schau. Oh, Intrude coming, würde ich sagen. Vergiss mich, dass wir jetzt mal, wenn wir das sehen. 1,5-1 abspucken. 2 abspucken. 2 abspucken. 1 springt, 1 springt. Oder auch nicht. Mit dem Focken. Oh, ich schätze mich, okay. 2 springt. 3 springt. Ich kann sagen, wie hoch sind wir denn? Ah, ich raus. 7,5-1.000 Meter, da haben wir noch einen Schritt Zeit, wenn wir unten reinkommen. Hier raus. 500. 400. Holy shit. 130 Meter. Geht sehr gut aus. Was ist unsere Landeszone? Alpha hat den nördlichen Teil. Gehen wir mal nach Norden hin, würde ich sagen. Let's go. Wunder in schönen Schärner aus Winter. What the fuck, man? Holy shit. Holy shit. Holy shit. Willi gelandet? Oh, ich hab so Bock. What the fuck, man? What the fuck? Nice. Kalt. Oh, das ist kalt. Schuss rechts. Es scheinen die anderen Truppen zu sein. Ist aber nicht auf uns. So, was hat es noch mal gehabt? Ich hab es nicht gehört, sorry. Holy shit. Wir halten an der Straße. Halt. Positiv. Positiv. wenn du hinter die deckung gehst ich bin die deckung fahrzeug west irgendwas großes großmotoriges ja dann dein part wenn es zu uns kommt bewegt sich nach nord vermutlich panzer fahrzeug kommt er überwaffen der aufroder kommt direkt vom zugefahren zu mit deinem part aufroder mit der panzer fahrzeug wir sind einer noch im letzten fahrzeug müsste bekämpft sein ich liebe lmg ich liebe lmg oder oder eins jetzt weit aufschließen eins der schütze wir stehen wieder auf leute sehr häckselt also ich liebe lmg kommen wir das mal ein bisschen muss ich sagen ja du tropfst doch oh shit du blutest du blutest dein linkes bein blutet ja gute ok bunker mit infanterie drin knapp 300 grad west west nord entfernung vielleicht 100 wir haben 2 meldet wir haben bunker mit infanterie ca 300 auf den west und wir könnten ausschalten ok ich glaube wir kriegen feuer rein schütze bekämpft 1 ebenfalls auf der höhe von 2 halten waffen nach oben langsam richtung straße vor rücken so wir laufen langsam vor wir machen den ruhigen dass wir auch agieren können wir versuchen den bunker zu nehmen so verstanden wir versuchen den bunker zu nehmen wir haben Stacheldraht um die bunker zu nehmen wir haben Stacheldraht um die Bunkerstellung geöffnet wir haben Stacheldraht um die bunker zu nehmen wir haben Stacheldraht um die bunker zu nehmen Was ist denn da? Ist das da nicht so? Nice. Okay, Stachentrat ist befreit, zwei rückt jetzt in den Compound ein. So, wir rücken ein, Feuer frei. Positiv, eins, deckt davon heraus und vor allem Richtung Nordwest, dass wir jetzt nicht kommen von der Straße. Zweite. Reinge. verstanden wenn ich unsicher seit schmerz über der granate ein bevor drei tote drei tote mein gott der pack und auch die auch die auch die Holy Shade, woher kommt das? Ist das der Typ im Turm? Exhibit? In rechts von dir, Exhibit Holy Shade, holy moly Holy moly, woher kommt das? Holy moly, woher kommt das? Ich kriege Exim-Beschuss aus Süd-Süd-Wend Ich weiß das auch nicht, keine Ahnung Wo ist der Turm? Einfach hinten hoch, ja Holy Shade, holy moly Holy moly, holy moly Ingraben Ingraben, hier Verstellung Rot und weg, ja Jesus, da liegt einer auf dem Boden von unsern Holy moly Alfa, ich bin froh, ich bin auf dem Meldig Ich bin auf dem Meldig Ähm, Exhibit hier oben auch down? Oh shit, wie liegst du denn da? Exhibit ausgefallen Verstanden Ich zieh ihn zurück, Richtung Osten Ich bin linke Seite vom Panzer bei diesem Holzfakt Vielleicht kann ich ihn nirgends auflegen, ne? Friedel, Friedel, Friedel? Ja? Alles klar, pass auf, streck die Nase nicht zu weit hoch Daher muss er jetzt so hoch sein, doch nicht Nein, 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 nein Holy shit, holy shit, man Holy moly Axel, melde sich zurück Wo seid ihr? Wir sind im Westen Westlichen Panzer Ähm, noch westlicher geht Jetzt hab ich ihn getroffen Jetzt hab ich ihn getroffen War nevermind Mauli mauli, was ist denn hier los? Wenn ich wenigstens wüsste, in welche Richtung ich schießen soll, würde ich ja zurückfeuern Aber ich hab... Ich schieb keine Ahnung Ja, Exhibit 200 Mauli mauli Ich brauche hier aber ein bisschen Platz Wobald ist sonst tötiger gerade Okay, ciao Ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen nach hinten zieht Hier ist ein Panzer Ich bleib mal ein Panzer hier hinten Gut, dann ein bisschen runter muss ich zielen Dann brauche ich nochmal einen Schuss KFJ, ich geh kurz an deinen Rucksack Ja Zwo, Frage, wie zieht's mit dem Fahrzeug Okay Sehr schön Nice shot, Brau Nice shot Okay, wir rücken jetzt durch die Mauer vor So verstanden Zwo, so verstanden Rücken, kriegen Mauer vor So geht Hinter Bravo, richtig? Ja, geht Positiv, wir rücken hinter Bravo ab Wir gehen rechts entlang der Mauer Wir gehen rechts entlang der Mauer Wir gehen rechts entlang der Mauer Krieg, liegt, ihr seid Bravo Räuberleiter, komm Bravo, ja Ja, Bravo ist hier direkt vor Ort Wir halten die Position dann So, Bravo Jungs, dann zeigt mal was ihr könnt So verstanden, direkt und Richtung Nord-Ost außerhalb So verstanden, direkt und Richtung Nord-Ost außerhalb Sammelstelle Gott, hab ich mich erschrocken Okay Das ist noch ein kurzes Badabum Wir wollen nach links bleiben, wir wollen nach links Zwo bewegt sich Richtung Eingang Eingang Ich habe übersprungen, bleiben jetzt hier stehen in Richtung Nord-Ost No, aber dann, dann haben wir jetzt Richtung Nord-Ost 3,1, ihr Baum Richtung Südost Sicherung auf Zivot? Zivot ist in ne gute Position Oh, das ist, oh Okay Zivot Das ist nice Wir haben einen Mauer vor unter uns Er ist geil, ich will keiner hier die Wand aber wegnehmen Ja das ist weltkulturerbe so was macht man nicht der ist ja nicht in unserem land die sperrung zwei türen ich gehe rechts rein einer down ich gehe hoch noch einer down ich gehe hoch ich gehe rechts rum ok sauber was ich gehe rein achten wenn du rauskommst ich gehe raus oder soll ich hier bleiben ich gehe raus aber da waren meiner meinten noch zwei die wollen was alle an friedel links und rechts vorbeigeschossen ich sage ja ich bin die deckung ok ich komme ein Stück zurück achtet auf die östliche mauer nicht holy shit infanterie südwesten 200 grad mehrere fahrzeuge holy shit alles am start und dann und dann jetzt feierüberfall herstellen die die haben die haben oder irgendwas ich finde das scheiße wollen wir da rein oder was jetzt wir haben im südwesten eine komplette stellung mit fahrzeugen sieht aus wie sams oder ähnliches gute vorschau um diese stellung zu überfallen ja wir gehen mit beiden trupps rein das heißt eins auf der linken seite so wie ihr schon vorgeht jetzt machen wir nach oben schön breit machen und nach vorne zwei läuft drauf eins läuft eins läuft massage noch ab hier wir sind hier im ist das Keine Frags werfen, keine Frags werfen Keine Frags werfen, verstanden Feuer halten, fickt euch nach vorne aus Ich liebe Elendee, ich liebe es zu ballern, das macht so viel Spaß Ich liebe es Pudi Habt ihr schon mal in die Container reingeguckt? Habt ihr schon mal Schubladen gesehen, die nach hinten aufgehen? Ja Ah, es liegt in der Kälte hier Schau mal hier, da, die Schubladen gehen da innen auf Hä? Ja, die sind voll krass, aber das steht falsch rum Irgendjemand hat hier bei der innen Richtung geforscht Oh nice Oh shit Ich glaub das war Schabner Ja, ich glaub auch Ich würd's nochmal gucken, nicht dass ich wieder blute Man sieht das nicht, ne? Kann das sein? Irgendwie? Was ist das? Das hat er in der Link Oder hat er von einer euch Eine von Andere Gut, ähm Zwo wieder retourkommen zu den Elkern weg Wir machen ab, also bereit oder drücken Best Zwo geht vor, eins folgt Ich glaub Okay, wir gehen zurück zu den Elkern bis Mach ab, pack und rein statt Wir werden wahrscheinlich gleich ausrücken Ja, wir kriegen einen Beschuss Das können wir eins haben Beschuss Ja, die feiert mich, ja? Was hast du noch? Ich soll hier schießen? Holy moly Holy moly Holy shit Holy moly Ah shit Ich bin wieder getroffen, ich bin wieder ausgefallen Ich bin wieder ausgefallen Ich bin wieder ausgefallen Warte, wir haben immer noch direkt vorne fallen Ja, gib mir Oh fuck, alter Auf meiner Position Äh, weiter in den Hangout Ich bin wieder gespaktiert mit Blut im Rauch Du hast es umständen, es geht ja möglich Du kriegst ein Tourniquet So, dann Schuss Alleiner nach Smokin 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 Ich kriege nur Smokin Wir fangen aus Ich fangen aus Ich fangen aus Ich fangen aus Ich fangen aus Äh, Alpha Höre Äh, schau, dass du deine Jungs noch ein Stückchen Richtung Südwest zurückziehst Äh Superstanden Exhibit, hebe ihn auf, wir ziehen zurück Richtung Westen Ich habe zwei Verletzte bei mir Fuck Deswegen meine ich ja, ich brauche direkt einen Rauch auf meiner Position Ich habe noch eine Smokin Richtung Westen geworfen Ich bin aber jetzt auch verletzt Ich nehme jetzt kelt und ziehe ihn erstmal zurück Okay, wir können, wir können, wir können Ich hebe jetzt, äh, ich hebe jetzt PV auf Und dann rücken wir ab Ja, ich schau mal weiter Ja, ich schau mal weiter Ja Gut, Friede? Okay, Richtung Westen, go go Wir haben Sandis auf meiner Position Zum Ja, wir ziehen zurück Oh Mann, ey Oh Mann, ey Shit, shit, shit Ja Das ist ein Schuss von hinschragen Ich ignorier's mal Ich ignorier's mal Du glaubst weiter, oder? Ich meine, die anderen sind ja hin, sondern sie machen das schon Ich bin auf Wunder, 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 Wunder! Du hast ausgefallen, Schamwild, du hast ausgefallen. Ne, ich lebe wieder, ich lebe wieder. Oh, ich... warum zitter ich denn so? Ist doch gar nicht so kalt. Simon, bist du da? Den hab ich. 1,4, 1 Grad. Mindestens Spotstech. Spotstech. Ich hatte ganz schlecht die Mikrofonqualität. Rücken vor. Alles klar. Bei Markierung 400, bauen wir Sicherung auf. Weg, 1 geht bis 400. 1 ist an 400, ich halte. 186. Das war jetzt Nord-Ost, oder? Ja, das war Nord-Ost. Wir fassen die Nord-Ost, Nord-Ost. ähnlich auf. Wunder, Wunder. von 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 noch mehr verletzte er zwei hier wir mindestens drei ausfälle harter beschuss aus nordosten ich wiederhole vier verletzte vier ausfälle keine möglichkeit die hände wo bist du habt ihr euch du wichser aber sind alle ausgeschaltet einmal kehrt du bist noch ab sonst glaube ich alle verletzt schon wieder mein bein ist da noch einer der ist tot jetzt muss ich hier wieder gebrochenen und zerstörten beinierlich kopf ist in ordnung rechter arm ist in ordnung du hast ja nur eine bein verletzter holy moly holy shit runter 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 ok leute denken wir haben sich auf uns bereit die 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 Der Helikopter, der jetzt gelandet ist, aufrücken, einsteigen. Wir möchten auf den nordöstlichen Helikopter, der nordöstliche, da steigen wir auf. Los geht's los, 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 los. Jo, 1,2x, nordöstlich, halt der Hinterriss und russ raus. Kind of heavy, viel geballert, trotzdem haben wir zu dauernd ein guter Balance von einem so gefühlt, auf jeden Fall. Sieht gut ab. Richtig Spaßgab, muss ich sagen. Ich liebe die Map-Channels. Winter ist fucking awesome, man. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Jungs, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Did you were played? Nice one, nice one. Oh, das ist mir ordentlich was weggeballert. Habt's gesehene? Ordentlich was weggeballert.